Kurz informiert bei heise online mit der synthetischen Stimme von Isabel Grünewald. Heute am Dienstag, den 19. November 2024 mit der Nachmittagsausgabe. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius vermutet Sabotage hinter dem Ausfall von zwei Datenkabeln in der Ostsee. Er geht davon aus, dass die Seekabel absichtlich beschädigt wurden. Beweise für eine solche Sabotage gibt es bislang allerdings nicht. Die finnische Staatsfirma Sinia hatte am Montag mitgeteilt, dass das Seekabel Sea-Line-1 zwischen Deutschland und Finnland defekt ist. Am Sonntag war ebenfalls ein Datenkabel zwischen Litauen und Schweden beschädigt worden. Die Reparatur eines solchen Kabels dauert laut Betreiber Sinia etwa 5 bis 15 Tage. Die US-Regierung plant, Google dazu zu zwingen, seinen Webbrowser Chrome zu verkaufen. Dies berichtet das US-Magazin Bloomberg. Die Forderung soll heute bei Richter Amit Meta vom US-Bundesbezirksgericht in Washington DC eingereicht werden. Der Richter hatte im August entschieden, dass Google seine Marktmacht zugunsten seines Suchmaschinengeschäfts missbraucht hat. Nun sollen die Konsequenzen geklärt werden. Die US-Regierung plädiert für die Abspaltung von Chrome, eine Trennung von Android sei allerdings nicht geplant. OpenAI zahlt dem Verlag Dot-Meredith künftig 16 Millionen Dollar im Jahr, um dessen Inhalte nutzen zu dürfen. Hinzu kommen zusätzliche variable Beträge, die erst im Nachhinein berechnet werden. OpenAI hat mit zahlreichen anderen Verlagen ähnliche Deals abgeschlossen. Dem Axel Springer Verlag zahlt das KI-Unternehmen etwa mehrere 10 Millionen Euro. Eine weitere Partnerschaft gibt es zwischen OpenAI und der News Corp, einem der weltweit größten Verlage. Dass OpenAI Inhalte von Dot-Meredith lizenzieren würde, war bereits im Mai bekannt geworden, nicht jedoch die Rahmenbedingungen. Fünf Jahre nach dem Auftreten eines LEGS auf der Internationalen Raumstation herrscht zwischen den Verantwortlichen in den Vereinigten Staaten und in Russland keine Einigkeit. Die zwei Parteien gehen weiterhin von unterschiedlichen Ursachen aus und schätzen das Problem unterschiedlich ein. Die NASA hat die Sorge, dass das Leck, Zitat, katastrophale Folgen für die ISS haben könnte. Die russische Weltraumorganisation Roskosmos geht von einem weiterhin gewährleisteten, sicheren Betrieb aus. Drei Nutzer aus Indien haben eine spezielle Methode entwickelt, um die Hörgerätefunktion für AirPods Pro 2 freizuschalten. Dieses Feature ist in Indien eigentlich noch nicht verfügbar. Mithilfe eines Faraday'schen Käfigs und eines GPS-manipulierten iPads war es möglich, die Hörgerätefunktion vorzeitig in Betrieb zu nehmen.